Was versteht man unter E-Zigaretten-Umsteiger? Umsteiger werden Personen bezeichnet, welche vom Rauchen von der normalen Tabak-Zigarette zum Konsum von E-Zigaretten wechseln. Für Umsteiger eignen sich sogenannte Starter-Sets oder Brot-Systeme am besten. Ein solches lässt sich in den meisten Fällen leicht bedienen und kommt dem Zugverhalten einer normalen Zigarette am nächsten. E-Zigaretten-Umsteiger und oder auch Einsteiger sind die Personen, die von der herkömmlichen Zigarette zum Dampfen einer elektrischen Zigarette wechseln. Für Umsteiger gibt es spezielle Geräte, die auf das ehemalige Rauchverhalten angepasst sind. Einsteiger-Sets entsprechend weitergehend dem Zugverhalten an einer normalen Tabak-Zigarette und sollen den Umsteiger oder den Einsteiger ins Dampfen erleichtern. Ich habe damals ein paar Einsteigergeräte liegen. So ein typisches Einsteigergerät wäre auf jeden Fall mal von Juwel die Caliburn oder die Inukin Endura D18-2. Das sind auch beliebte Einsteigergeräte. MTL Dampfen für Umsteiger ist besonders wichtig. MTL steht für Mouth to Lung, also Mund zur Lunge. wird häufig auch als Backendampfen genannt, was es aber nicht wirklich trifft. Der Dampf wird dabei in die Mundhülle gezogen und dann in die Lunge inhaliert. Diese Methode sowie die Dampfmenge kommen nah an das Rauchen von normalen Tabak-Zigaretten heran. MTL soll das Umsteigen zur E-Zigarette erleichtern. DL dampfen ist eher dann was für Fortgeschrittene. Das Gegenstück zur MTL Methode ist eben das DL, direkt lang und dabei wird eben der Rauch direkt in die Lunge inhaliert. Ja, soviel zum Thema, was versteht man unter E-Zigaretten-Umsteiger. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, was ein E-Zigaretten-Umsteiger ist. Und ja.